So, also wir befinden uns hier am Zigsee und nicht in Afrika und jetzt sollte man daran gehen alle Bäume wegholzen, weil die machen so viele Blätter und zu viel Schatten und wir brauchen viel mehr Beton, damit wir dieses erreichen. Hier kann man sehen, der See ist komplett ausgetrocknet, kaum mehr Vögel, die brauchen wir auch nicht, weil die garten überall hin. Alles sinnlos, am besten alles umbringen und nur die Menschen auf der Erde. Schöne Grüße vom Zigsee.